Wir leben in einer rasanten Zeit. Alles ist in Bewegung und der Alltag fordert uns ganz. Aber sind es nicht die Momente der Stille und der Harmonie, die wir Menschen suchen? Momente der Inspiration. Die stille Aura eines Feuers schafft Raum für Inspiration und Harmonie. Das ist EBIOS FIRE. Für echten Feuergenuss. Perfekt. Ruhig. Sinnlich. Und das ganz ohne Aufwand. Denn EBIOS Feuerkamine nutzen flüssigen Brennstoff. Ein Rauchabzug ist nicht nötig. Die Vielfalt der Möglichkeiten bietet für jeden Raum das perfekte Feuererlebnis. Ob zu Hause oder als Zeichen exklusiver Gastlichkeit. EBIOS FIRE schafft auf besondere Weise Momente von Entspannung und Genuss. Denn Feuer hat die Menschen schon immer fasziniert. Harmonie hinter der sich ausgeklügelte Technik und viel Erfahrung verbergen. EBIOS Feuer entstand bei den Feuerexperten von Spatherm. Mehr als 30 Jahre Pionierarbeit in Feuerstellen, die schön und sicher sind. Hier wurde der erste TÜV-zertifizierte Brenner mit Flüssigbrennstoff entwickelt. Nur eine von vielen guten Ideen. Tank öffnen, einfüllen und der Brenner ist startbereit. Damit das Nachfüllen stets komfortabel und sicher ist. Dafür steht EBIOS FIRE. Exklusive Qualitätsbrenner made in Germany. Schließlich hat Sicherheit hier Tradition. Und Präzision entsteht durch modernste Fertigungstechnologie. Doch letztlich ist es Persönlichkeit, die EBIOS FIRE Kamine ausmacht. Leidenschaft, die man sehen und spüren kann. Vielfalt ganz nach Ihren Wünschen. Genießen Sie Momente der Ruhe und der Inspiration. Mit EBIOS FIRE, dem abzugsfreien Kaminfeuer. Denn der Alltag kommt bestimmt. EBIOS FIRE. Burning Passion. GERMANN GERMANN GERMANN